Das ist DJ Michael Erx und ich bin hier, weil mich Mario Akramit für die Ice Pocket Challenge nominiert hat. Ja, okay. Dann, warte, meine Kette macht es dir auch weg. Oben, um nicht. Eis, Hammer nachvollen. Hier ist es gelett. Hier, ich weg. Da ist noch. Wo, wo? Ja, komm. Das ist gar nicht. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich versuche jetzt, dass das kein Fail wird. Viel Spaß dabei. Boah, aber nachvollen. Boah, shit. Also auf jeden Fall, ich nominiere den da hinten nochmal, Ibro Ronaldo. Ich nominiere Musti. Ich mache das so, ich poste das in Facebook und haue ich unten rein, falls ich euch vergessen habe. Meine ganzen Bros, André Valdez, Kai Hoffmann, Alexander Waltenberg. Dann auch die ganzen Weiber, die dabei sind. Anata, Anatra, Christiane Technom, Alemona Delia. Wen nominiere ich noch? Claudia Zotakova nominiere ich. Mein Bro Jan Zotak nominiere ich. Und alle anderen, die ich vergessen habe. Vor allem dich, Paisy, weil du nicht in Facebook drin bist, du Hund. Werde ich da unten hinschreiben. Und ihr habt 24 Stunden Zeit. Haut rein, World. . . Vielen Dank.